Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Runde der Age of Empires 3, die Asian Dynasties. Heute zu einem 3 gegen 3 gegen, ja, sehr, sehr schwere Gegner. Der eine Stufe 26, der andere Stufe 27 und der andere Stufe 23. Und ich spiel mit Dennis und Bloody, moin. Hallo. Ja, ich würd sagen, wir haben jetzt schon verloren. Aber mal schauen, wie es wird. Ich spiel mal wieder Seahox, Bloody spielt Aztekan und Dennis spielt Deutschen. Kann witzig werden. Oh ja. Und vor allem irgendwie lag das gerade ganz schön. Durch den Typen. Der hat nämlich vorhin auch schon gelegt. Ja, soll ich nur auf Bowrider gehen, oder? Ja, ja. Okay. Dennis macht ja wohl an. Okay. Gut, gut. Hier sind ja auch wieder Kühe, ne? Ach. Hätte ich eigentlich Inder spielen können. Ja, das hätte ich ja nicht wissen können. Ja. Ja, rein starten. Na egal. Ist ja egal. Ist ja egal. Nein, nein. Nein, nein. Wollt der hier hin, der ist ganz geil. Hol die Kühe. Joshua, die sind wichtig. Ach. Was denn? Hol die, hol die. Wirklich, die bringen einfach richtig gut, gut Nahrung. Okay. Also wirklich Nahrung not bist, dann fahren wir auf die. Das ist genau wie bei Schafen einfach. Das bringt's einfach voll. Okay. So, mal schauen. Wo ist jetzt mein geiler Kuma? Ich hab ihn irgendwo gesehen, da ist er. Ja, hab ihn. Oh mein Gott. Oh, den Schatz will nicht. Das ist meiner, Joshua. Hey, ne, ne, ne. So nicht, mein Freund. Dann lass mir einen Jaguar übrig. Ja. Den... Stimmt, er ist eigentlich bei euch beide. Ich hab den, äh, kaputten genommen. Das wär's in der Knopfenpack. Ich lasse dich. Hey, das ist meiner. Von wem, von meines ist das doch viel besser. Ne, ich tanke ja. Das ist ja auch geil. Aber meiner ja auch. Hä? Meiner auch. Meiner hat genauso viel Leben. Nein, stimmt nicht. Auf zu lieben. Meiner ist viel geiler. Außerdem ist er schneller. Dem brauch ich mal meine Kaff. Also gib Ruhe. Du hast mich überzeugt. Konzentrier dich lieber aufs Spiel. Ey, die Map ist aber auch riesig. Das ist eigentlich super verkauft. Habt ihr noch irgendwelche Kühe? Ne. Oh, ich hab... Ich hab ne Kuh gefunden. Nice. Mitten hier bei Dennis. Das ist ja irgendwo ein brauchbares Schatz. FB? Wohin? Ja. Wollen wir ein bisschen Hirn tun? Ah ne, der hat da schon einen Schrei. Ja, dann... Genau hier vorne. In der Mitte. Wo die Goldene ist. Ey, das wollte ich mir grad tun, wie er... Joshua. Ja, geh mal weg. Nur wegen deiner Schnelligkeit, ey. Hä? Ey, bloody. Dankeschön. Ach, come on. Du bist so ein Arsch. Hab ich gern getan. Ich hab das Gefühl, ihr spielt eher gegen einen als zueinander. Ja, er spielt gegen mich. Ja, du bist ein bisschen fies. Zu fies. Ah ja. Mein Geschmack. Jetzt bin ich wieder schuld. Das stimmt. Nur weil du zu lahm bist. Wow, da ist dieser komische Shai-Japaner, ne? Also, von dem Shai. Ja. Ey, pass auf, dass sie uns beiden nicht die Herden klauen, ne? Vor allem bei dir, äh... Dennis, meine Pferden du hast. Ich bedien mich, Mann. Oh shit, was ist da jetzt los? Äh, die machen auch hier als B hier, ne? Echt jetzt? Ja. Oh rip. Wollen wir trot... Ja, Dennis rip. Alter, Joshua. Ja. Rip Dennis ist ein Siedler. Könnt ihr mal bitte aufhören? Oh fuck. Wollen wir trotzdem hinbauen? Das hätte ich nicht gemacht, ne? Brauchst noch ein Siedler. Och alter. Ja. Der stirbt jetzt. Was sind das für Abfucker? Jetzt mal no joke. Wie kann man denn so abfucken? Ja, ich baue meinen Kasseln trotzdem hin, ne? Ja, ich baue anders jetzt. Ich baue jetzt bei mir. Ich mach da ne... Dennis baue daneben. Ja. Ach. Ich teile das so gleich, ihr habt das gleich 10 Mako-Helten rausgekommen. Braah. Mann. Das war jetzt absolut kacke. Häff. Versuch. Man. Mann. Oh Gott. Ey, alter. Meine Siedler die sind schon wieder so hohl. Ich schießen wieder meine ganzen Hand weg. Ich habe viel zu wenig Nahrung. Das ist gerade richtig kacke. Ja okay, wir haben das gesichert. Brauchst du Nahrung, Joshua? Naja, ist egal. Ja, komm. Ah, das kommt gleich 10 Mako-Helten raus. Warte, warte, warte. Da oben ist ein Zeug. Hier drüben. Komm, den will ich noch bekommen. Hast du. Ja, gut, geil. Also ich hole jetzt richtig Maketen, aber sollen wir die Base attacken? Ja. Ah, ne. Ja, ja, schau. Lass mal die Schreine dort vorne. Ja, komm. Ich hole mir noch 6 Puma. Mach das. Was? Oh, in der Mitte. Achtung. Blatty. Sorry, sorry. Was machst du? Ja, ich war gerade nicht da. Geh, er geht zerstört. Oder was? Wo läuft der weg, ey? Los, los, wir fangen ihn ab. Ach, der ist da unten hin. Guck mal, Alter, der... Was ist das für ein Arsch? Hier geht Raiden. Alter. Was ein Spaß. Hey, nee, Alter. Alter, guck mal, was ist das... Wie, was ist das... Wie ist denn das, bitte? Dennis, hast du das von ihm? Hm, was? Alter, nee, ne. Können wir einfach drauf gehen, Alter, bitte. Ja, toll, jetzt sterben wir mal. Ach, nicht mal an. Geil. Geil. Das ist richtig. Was denn? Ja, Ripp, guck doch. Mann, ich hasse es, ey. Ich hasse es, ey. Oh. Ja, nicht sch... I'll fuck you. Ne, das ist assi. Das ist so eine Lobe-Taktik. Apsi. die der Wormatik Gott bin ich grad schlecht einfach auf Blowspace und der Beinwand warte Blows da rein ja schießt doch Alter was macht ihr ey ne Alter das sind ja wow Marketen sind tot RIP das ist GG ja ey wir haben verloren ich hasse das ey egal lasst es back in scheiß drauf kommt ihr zurück nicht drauf gehen ja die wie sind die bitte denn beide ins dritte ja das ist halt assi ja das ist ja hat doch ich such 3 ja wollen wir jetzt drauf ja lass mal suchen den Orangenstein lass mal auf den Orangenstein gehen scheiß mal auf die Einheiten da vorne ich heiße Maus ey sorry Joshua ja Maus ey ähm der hat hier schon ein Ziedler ja ich kann auch nichts machen ich hab keinen Bock mehr drauf das ist Südler Achtung er kommt er kommt er hinter mir leute Kaff 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 ein Dragoner ist tot könnt ihr bitte drauf gehen Alkosta alles ist ja lass mal weg gehen Dennis ja lass mal rüber raiden gehen irgendwie zu versuchen ja gut dann bleib ich weg ja ja geh am besten nicht weiter drauf geht doch drauf Junge doch ach das ist doch behindert wie kann äh was der 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 ratet ganze zeil ich weiß das ist das Teil des Spiels aber ich hab mich gerade recht zu offen Es geht mir gerade so langsam auf dem PC Oh da hinten Ach scheiße, die Tribuna kommt jetzt auch Kommt, Achtung, musketieren Wieso habe ich noch eine Goldmühle, what the fuck, ach da unten Kommt, Achtung, Achtung, dort, NEIN Oh fuck Oh man, meine sieben Dorfbewohner Ey Dafür verliert er jetzt seine Kraft dort oben Die sind alle geaged, müssen attackieren Age auch Wollt ich mich verarschen? Junge, der Franzose, der ist so auf den Boom gegangen Ja, dort links und nochmal bestimmt einhitten Oh guck, der baut dort gerade einen Außenposten So Franzose, verreck mal bitte mit deinen Ziedlern Und dann Da sind einige draufgegangen Dann redet ein bisschen, ne Soll ich dann gleich mitkommen? Wolltest du gleich mit hochkommen? Da oben sind ganz viele französische Siedler gewesen Ja, den geht mal hin, ne? Ich muss ein bisschen aufpassen. Soll ich mitkommen? Oh, warten wir, die haben richtig viel Antiköpfen. Ja. Ne, die haben echt viel Antiköpfen. Ja. Achtung, die haben geguckt, was ich hab. Mit dem Dragoner. Alter, der mit seinen Yabuzama-Reitern. Au, 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 da oben sind ganz viele Einheiten. Was waren da? Muskels und Plankler. Der Orangener ist bei mir. Ey, warum sterben die? Ey, ich kapier's nicht mehr. Guck, da sind sie. Sind die im Power? Da sind sie hinter dir wieder. Achtung. Hol sie, ey. Achtung, zurück wieder, Dennis. Da sind die Siedler. Geh doch drauf, Dennis. Wollen wir da drauf? Weiß? Warte mal, ich hol meine Armee. Los, kommt. Obwohl, ihr könnt es wirklich schaffen, Dennis. Du hast angegriffen, Dennis. Okay, hau ab. Lass weg. Hau ab. Oh, Alter, haben die viele Dragoner. Blattie, kannst du uns irgendwie helfen? Meine Königs machen, die machen richtig wenig Schaben. Aber ich kann's probieren. Und She-Edge jetzt auch. Alter, die bauen doppelt Dragoner. Ja, guck mal, was da oben ist. Guck mal, da hat die Abmacht. Dann, äh, Joshua, geh mal zu seiner Base, weil meine Base kommt jetzt. Mhm. Achtung, die kommen bei mir. Da brauche ich jetzt unbedingt Unterstützung. Ey, das ist doch scheiße. Ne. Das ist so Riden-Gang. Ich komm noch, warte. Ich komm noch mal zu sein. Ja, mein Durchzentrum ist down. Meine ganze Gold-Sieger-Sieger-Sieger. Hier. Kannst wieder ersetzen, Joshua. Ja, das ist verloren. Guck mal, wie das hier... Die Sieger von Dennis stellt jetzt auch. GG. Jeder hat seine Frontbit begonnen hier. Was kommen wir? Den einen seiner Armee, die will ich jetzt noch killen. Das hat er nicht verdient. Ich bin gerade bei Recht. Wir müssen jetzt nur Counterpushen, dann. Die Armee von dem haben wir gerade richtig zerlegt. Nur noch die. Habt ihr zufälligerweise noch 100 Holz? Ja, ja. Bitte. Danke. Los, komm, wir müssen jetzt angreifen. Äh, Baladi, du hast ein bisschen mehr da was gegeben. Ja, das ist es. Danke. Oh ja, nice. Die Siedler sind wieder Goons. Ja. Nee, nee, Alter. Dafür hab ich hier oben wieder Siedler. Ey, nee, ne. Das ist doch unglaublich. Was denn? Ja, der ist für mich hier. Guck mal. Oh nein, dann. Och, nee. Gitsch. Was? Ey, was ist das für ein Scheiß? Die geht halt auch raiden. Ach, denn Dennis, da sind noch ein paar Siedler. Da. Ja. Entschuldige, die anderen. Der Japaner spielt gar nicht so gut. Der hat voll die schlichten Punkte. Ja. Oh, da ist jetzt Antikör. Liegt wahrscheinlich da dran. Und was liegt das? Vielleicht das war nicht der Fabian. Ja. der schule hier rein achtung das passiert ja schon sie rein acht dort oben du musst halt die kacke ich geh den jetzt holen komm her du kackpratzer da ist was der ist im vierten da kommt jetzt alles da kommt jetzt alles weg kommt hier noch mal drauf warte lasst kurz erstmal zurückziehen alle die widerstehen halt so viel meine widerstehen null gegen fernkampf das sind solche scheißeinheiten gegen kaff das ist ja schon heftig diese jabuzama oder so ey ne leck mich du ja junge der hat so eine riesen armee dort ja genau greff an greff an komm greff an joshua ja wir haben ihn jetzt in der zange komm meine machen keinen schaden alter leute die machen wirklich keinen schaden ey heftig ja es sind aber musketierreiter auch dabei ist halt auch scheiße ich übernehme die goons mit denen kann ich nicht klarkommen ja guck mal der läuft jetzt weiter ja guck mal der läuft jetzt weiter ja das ist ja scheiße alter ey ne 300 punkte da schaffen wir uns doch nicht mehr ne ich hab auch ich hab halt eins am spiel ja siehste ja ich will immer noch seine armee killen ach komm jetzt haut der ab oder wie ach das ist doch pussy das ist so ein assi mit den haschigarus nach hinten zu rennen ey das wir hätten angreifen sollen einfach fertig angreifen und zack war das jetzt das war unraded ne ja ja auch zum glück der hätten eh nicht viel davon bekommen der hätten weil wir echt niedrig waren halt I don't like raids wow ey den ja portugiese der hat eigentlich für die das spiel fast gewonnen der hatte so viele dragoner ach man der orange der orange guck mal wo er das alle seine schreien hingetan hat auf einen fleck hm wie wir den halt immer wieder die siedler rausgekickt haben aber es war halt naja trotzdem nicht ausschlaggebend da mal fünf weg mit dem sieben noch mal paar also der franzose der hatte ja fast keine siedler ja der hat keine siedler ich hatte dann auch keine zwischendrin weil ich mein topzentrum verloren hab ja ich auch kacke ey gut die waren aber auch vom rang her höher als wir wenn du es so siehst ja naja war trotzdem ganz spannend denke ich mehr oder weniger ja die japanische kaff ist schon stark anscheinend wie es so aussieht ja die anti kaff mal drin die machen auch mal 3,5 ja das ist ja auch richtig heftig gegen art ja meinen neuen oh wow ja und haben dabei noch eine gute reich 18er range das ist halt auch nicht normal noch bock für ein arena ja ich spende jetzt erstmal hier das video ne danke fürs zuschauen mal ne niederlage von mir kennt man ja sonst nicht hehehe und dann bis zum nächsten mal haut rein ciao